Nein, das Ding arbeitet trotzdem. Okay. Ähm. Na, jetzt hab ich mein Questbuch. Questbuch reingeschmissen. Hey. Hero. Ah. He's a good cow. He's blood. Ja, da war da aber mehr Obsidian. Was ist das denn jetzt ganz da hin? Also ne. Ähm. Haben wir das denn? Ich hoffe, ich brauche das denn lange zu bearbeiten. Was? Äh. Warte mal. Noch nur einen dafür, oder? Der Mann, ja. Ähm. Ja. 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 Ich meine, der Köst. Hey. Hey. Ja, fünf Stück brauchen wir doch echt. Dann fehlen uns noch zwei Stück. Ich hab gehört, ne? Ja, 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 ja. Fick dich doch. Ich hab' nicht. Ich hab' nicht. Ich hab' nicht. Da, 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 da. Ich brauch' noch Buckets, weil ich sie vergessen habe. Ja. Wie gesagt, wir dürfen das Ding jetzt hier nicht abfauen, sonst glaube ich sind die Creator-Backsack. Okay. Zwei Stück müssen wir noch ein. Okay. Einfach, wenn du hast die jetzt zwei. Und tust du die nicht erst raus? Äh, war das Ding schon in der Arbeit? Ja. War der Meinung, dass es dann nur einer hat, nämlich. Da steht ja mal ne Anzahl auf dem Platz. Ja. Und auch massenweise, ähm, Koko und Bienen, damit ich halt dieses, die komische eine Quester machen kann mit diesem Kompost, Theo, keine Ahnung, oder, oder, oder. Hm. Welcher Spasti war das? Alter. Blöden Fick-Skelette, ey. The fuck? Ich hab' kein Wasser einmal mit. Ich brenne jetzt einfach bis zum Tode. Ich brenne schon wieder in Hölle. Das ist Fire-Water. Toll, das brennt jetzt bis in die Ewigkeit. Tod. Okay. Tod. B-Burned to death. Scheiss-Skelette, so, Maike. Hab' mich direkt reingeschossen. Mit Wizzereffekt, ne. Ich glaub', dass die ist gestorben gerade. Ähm. Dass selbst reingerannt ist. Also man spott immer hier neu, das ganze Holz ist weg, ne? Mein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Da, wo man durch den Tunnel bei den Endermänner geht. Der Resetet anscheinend immer neu. Ich hab' da ne Holzrückwand reingemacht. Achso, ja. Das hab' ich schon gesehen, dass das weg war. Wie kommt denn jetzt hier ein Skelett hin? Die perfekten Skelette. Voll OP, die Mistficher. Ich glaub', der hat das auch extra gemacht, dass man da nix bauen kann. Was bauen kann? Bei den Endermännern hier. Ja, das kann sein. Wie der verschwindet. Ich muss jetzt mal ein Passe einmal mitnehmen. Ist ja voll die Scheiße da. Ach scheiße, Absidion, muss die wieder mitnehmen. Oh, ich hab' wieder meinen eigenen Kopf mit. Zum, keine Ahnung, ich hab' jetzt mal. Water. Falls ich wieder meine, da unten brennen zu müssen. Wenn das Kackkopfding absknallen muss. Irgendwas wiggelt hier rum. Wiggel, wiggel. Reiß' doch nochmal die ganze Wand ein. Reiß' doch nochmal die ganze Wand ein. Was? Mach' ich doch immer, weißt du doch. Junge, hat das Ding ein Knockback da drauf? Oder was? Ja. Du blödes, blödes, blödes Ding. Was denkst du denn? Komm her. Tschüss. Was, wenn ich das mit Wasser verbinde? Passiert nix. Es wird vom Wasser weggedrängt. Ne, das Wasser wird davon weggedrängt. Geht überhaupt nix. Wasser scheißt auf das Zeug. Ja, aber wer weiß, ob wir das brauchen. Wenn ich das einsammle. Versuche. Wir müssen halt direkt die Ausleuchten wieder, ne? Oh, da geht's noch eine Etage tiefer. Super. Ja. Ja. Ich glaub' da hinten kam grad was gemeldet. Ich hab' ein automatisches Krafting Terminal hier, ne? Mhm. jetzt alles links und weg gemacht aufgesammelt das zeug noch einmal oder so haben wir noch ob sie den gab ja toll irgendeiner das ganze auf sie dann rausgenommen ich habe kein ob sie ich habe nur fünf obsidian ich hatte verachtet die position umstellen heißt gelät was machst du jetzt macht ins kation wo ist noch so ein knockback skelett junge die jungs sind ja gar nicht stark hier müssen ob sie denn erstellen ist noch mal zu alter schwede sind noch mal zwei unten bei uns durch den raum sein ist noch eins ich will kommen jetzt auf mich zu mit visor effekt und mit alter schwede ja super ich habe auch immer groß ja ist eigentlich noch nicht umstellen so schlau hier unten hat mir kein terminal ne aber kannst du unten in die kiste rein schon müssen da warte mal wir können ja ich kann den körper mal hin holen ja wollte mir nicht was die einmal aus ich habe die flüssigen ich habe die flüssigen ich habe die flüssigen ich habe die flüssigen das ist natürlich jetzt clever ja wegen platz ja warte warum hallo hallo bist du dumm ja 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 Mein Gott, warum scheiß ich den Obsidian weg? Ich brauche hier immer 5 Stück Willst du behinderten? Nein Wir müssen das dann da oben aber gleich wieder so machen wie hier mit den Skeletten Dass wir zusammen auf das Filus gehen Ähm Dann, wenn da welche sind Also das Holz brennt auf jeden Fall wieder Komischerweise Da hat er das Ding dran gemacht Ja was denn Geht am einfachsten Geronimo Warte Wir brauchen ein paar Fackeln Nimm mal auch nen Stack mit Falls, weil wenn das Feuerwasser weg ist, dann haben wir ja kein Licht mehr Und wer so weit Du hast schon alle rausgenommen Was? 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 War nur 4 Stück drin Ich habe ja auch kein Bock Jetzt habe ich das Deck rausgenommen So Es sind noch 63 Stück drin Okay Power Wanger Power Wanger Oh wir sind schon wieder Monster What the fuck What the fuck Boom Hi 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 He Da ist das Zeugzeug hin Vielleicht weil da oben auch also dunkel ist doch Boah hier unten ist schon dunkel ne What the fuck Wenn das an manche Stellen war ein lockbag und dort ist das weg der astral silber chestblätter weg fire protection ist drauf hat das skelett reingelassen ok tschüss im e-controller irgendwie lekt das hier unten grad so ein bisschen jo fahr ich nicht ich hab keinen lärm gemacht boah das ist richtig die flüssigkeit ah glaub ich auch da bekommst du so dran bin ich auch verankommen ja muss ein bisschen balance holen ja ja das ist damit die licht ist nur sobald ich strom ist sowieso schon runter vielleicht nur noch minimal die dinger so irgendwo will das nicht weg fließen irgendwo ist da noch eine quelle vorne ja mach das hier doch kurz dann ja da irgendwo hinter dir ja weiß das da was war genauso wie hier ok was haben wir denn da unten jetzt lass uns hier erstmal die fucking aufstellen dass hier gar nichts kann weil hier spraunt echt zu viel Müll da hat ich quatsch hübsche